Nachdem wir das Wohnmobil nun aus dem Sand bekommen haben und uns ein netter, freundlicher Polizist dabei geholfen hat, fahren wir weiter an der Küste entlang durch Louisiana und hier ist so ein Naturschutzgebiet und haben gerade schon ein Alligam vorgelegt. Beim nächsten Mal versuchen wir anzuhalten und den nochmal mit raus zu bringen. Hallo, ich bin der Jan, hier unten im Bild. Hältst du dir mein Selfie arm? Ich soll heute einen Scheiß filmen heute. Ich weiß noch nicht, welchen Scheiß ich heute filmen soll. Wir sind jetzt auf jeden Fall, unvorhergesehenerweise am schönsten Campingplatz überhaupt, unserer Tour bis jetzt angekommen. Und wir erkunden jetzt mal den, wie heißt der nochmal hier? Prinz von Zamunda State Park in Dingsbums, Carina, wie heißt der? Palmetto eigentlich. Palmetto geschrieben, aber die Dame an der Tankstelle, die uns diesen Park empfohlen hat, sagte... Palmetto. 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 Und ich habe verstanden Powermeddo. Yeah, die Kraftwiese, die gucken wir uns jetzt jedenfalls mal an. Tschüss. So, wir haben auf dem Weg hier hin auf der Fahrt ganz viele Schildkröten gesehen. Die wohnen hier in Louisiana. Und... Schildi. Das ist aber wirklich my nature hier der Trailduft. Okay, wir sind hier an dem Igelport. und sehen gerade, hier gibt es Alligatoren. Aber hier ist ein Canoeingplatz. Ja, können wir mal machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.